Wenn ich hier stehe an diesem Fenster und schaue von hier oben auf München herab, auf die Isar, ich sehe die Frauenkirche mitten vor mir, dann weiß ich, das hier, das ist unsere Kultur, das ist meine, das ist unsere Heimat. Und in dem Moment kann ich es gut ertragen, wenn im Europaausschuss die Altparteien über mich herfallen, wenn ich über Heimat und über Patriotismus spreche. Wir dürfen niemals vergessen, wo unsere Wurzeln sind, hier in bayerischer und in fränkischer Erde. Hier sind wir zu Hause und unsere Kultur soll von keinem anderen bestimmt werden, wie von den Menschen, die hier leben. Nicht aus Brüssel, nicht aus Straßburg, nicht von irgendwelchen anderen Nationen. Aus unserem tiefen Herzen muss die Gestaltung unserer Heimat, unseres Vaterlands und unseres bayerischen Freistaats funktionieren. Dafür stehe ich, dafür kämpfe ich jede Woche neu.